Jo Leute, hier ist wieder euer Akbar und heute zeige ich euch drei gute Positionen im Online Multiplayer, wo ihr Leute killen könnt. Zunächst, wenn ihr den letzten Bitch machen wollt, müsst ihr ein Schild dabei haben, weil sonst funktioniert er nicht, wo er auf die Position kommt. Ich habe die auch selber alle online ausprobiert, die funktionieren im Multiplayer, sind recht nice, um die KD aufzupuschen. Das war es eigentlich auch schon. Wenn ihr weitere Glitches etc sehen wollt, könnt ihr auf meinen Kanal gehen oder auch mich abonnieren und ich würde sagen, haut da rein! Hey! 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020